Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Accra 2022. Du musst doch nicht zeigen. Wenn du mal später an den Pferden hast... Das ist doch jeder mit Fehlern, oder? Das ist so geil. Oh, gut gemacht! Ja, richtig! Ja, richtig! Ich habe hier eine Pferde. Hier ein Möscher, guck mal rein. So einen haben wir in LS. Ein Möscher? Nein, ein Möscher ist das. Ein riesen Ding, ey. So ist ganz schön genutzt schon. Hier ein Rückgewagen. Schau mal, Rückgewagen. Wahnsinn, Leute, guckt euch das mal an. Das kriegt man vielleicht mal alles. Oh, da haben wir so komisch. Das ist ein riesen Reh. Mein lieber Mann. Das ist ein riesig. Oh. Er geht da kurz rein. 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 Und dann gehen wir jetzt mal in Niembruch. der Niembruch. Auf geht geht's. Was habe ich? Nein, ich habe mich drauf gesetzt. Was ist da drüben? Ich habe mich drauf gesetzt. 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 Hier ist nur was Großes. Das ist Essigipapa, das ist die neue Firma. Nee, das ist... Kenne ich nicht. Brian, guck mal her. Der Bremsen mit Rasen. Komm her. Ja. Komm her. Oh, hier hinten lang. Ja. Komm her. 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 Oh, hier. Glas. Stinker. Komm her. Komm her. Komm her. Pressel und Glade. Was ist das hier? Das ist ein Glas, auch hier der mit Ketten. Kuchen. Alle pressen. Kuchen. dann bin ich gerassiert in Platz. Also ich bin sehr, sehr. Aber ich bin sogar noch ein paar Kräuter. Ich bin schon bei der Nachsch他们. Ich bin ja mal gesagt, mich zu dir zu excellence. Also, das ist meine Gemüse. Ich nehme meine Glasfeste. Ist der hier? Dort hast du Seilwinden. Dafür fährst du die Bäume damit weg. Hier gibt es wieder alles was der Opa mal gekauft hat vorne. Was der Opa mal gekauft hat mit den Umkreuz. Es geht noch weiter hier. Jetzt geht es noch weiter hier. Es geht noch weiter hier. Ryan! Ryan! Guck mal! Stell dich mal so davor. Oh! holzspalter mit sägefunktion wir drücken dann spalten sägen das ist das ist das ist das ist das ist das Da ist das Wasser. Oh, süß dich. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Nein, der ist ein Korb. Brian. Ah, das ist hier. Das ist hier, das ist hier. Das ist ein Blubba. Guck mal, Papa, unser Hänger. Unser Hänger. So, Leute. Euch hat das kleine Gehen gefallen. Wenn ihr es wisst, wenn ihr es mag. Viel Spaß mit dem Video.